Audio Adlernen, der TKKG-Podcast mit Raphael und Thomas. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Audio Adlernest. Heute besprechen wir Folge 9b, The Lost Stories von Folge 9, die wir in unserer ersten Besprechung ein bisschen ausgeklammert haben. Aufgrund der Zeit und aufgrund der Tatsache, dass auch ein Herr Francis sich dazu nicht berufen fühlte, diese ganzen Sachen audiomäßig zu verarbeiten. Und aufgrund der Tatsache, dass ich, hallo übrigens, nicht dazu gekommen bin, den ganzen Kram noch zu lesen und dann auch noch zusammenzufassen. Ich hatte einfach wenig Zeit. Sei doch nicht so ungeduldig, ich hätte dich doch noch eingeladen hier. Ich warte immer 10 Sekunden und dann wird es mir zu lang. Ja, hi. That's what she said. Wir können aufnehmen, Montagmittag ist es, weil heute gar kein WM-Spiel mittags läuft. WM-Spiel sowieso nicht, es laufen ja EM-Spiele. Stimmt, irgendwo ist immer WM. Erst um 21 Uhr heute Abend, deshalb haben wir jetzt gerade Zeit, mal eben kurz, in Anführungszeichen, eine Folge für euch parat zu machen, bevor wir dann irgendwann demnächst an einem Termin, den wir noch definieren müssen, die Folgenbesprechung zu Folge 10 aufnehmen werden. Es wird ein Fest. Aber erstmal kommen wir zu den Geschichten, die, wie Raphael gerade sagte, der HG Francis nicht ins Hörspiel gelassen hat, den Lost Stories. Boah, ich bin gespannt. Bei Instagram hat uns der Oliver Flückiger oder der Cornelius HH oder der Cornelius, wie ich ihn nenne, oder per E-Mail der Holger Bergmann, die haben uns alle darauf aufmerksam gemacht, dass die fünf Geschichten in diesem Buch zunächst als sogenannte Tramp-Bücher veröffentlicht wurden. Das sind Mini-Taschentücher, Mini-Taschentücher sind das? Das sind praktisch, die kriegt man echt gut mit. So eine normale Packung Taschentücher, ey, das ist der Hammer. Ja, ist nichts für mich, ich habe eine zu große Nase für Mini-Taschentücher. Nee, aber die falten ja groß auf. Ah, okay. Das sind wie diese, in diesen vornehmen Restaurants, diese Mini-Handtücher, die man so in so Wasser legt, damit die aufklappen. Die sind gekrüsselt. Ach so, ja, 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 ja. Okay. Also es sind Mini-Taschenbücher, die Pelikan zwischen 1978 und 1984 rausbrachte. Die sind etwa fünf Zentimeter breit, sieben Zentimeter hoch und ungefähr 100 Seiten im Schnitt dick. Und der Verlag, der gab im Klappentext an, dass diese Mini-Taschenbücher Tramp hießen, da sie in Hosentasche, Geldbörse oder Brustbeutel überall mit hingenommen werden konnten. Also quasi in der Tasche des Lesers trampen würden. Ah, wow, okay, okay. Die haben anfangs einen Euro gekostet, ne, beziehungsweise eine Mark und später eine Mark 50. Außerdem hatten die noch so Mini-Spiele, Mini-Puzzle oder Kartenspiele im sogenannten DIN A8-Format. Also so ganz kleine. Wie spielt man Kartenspiele im DIN A8-Format? Ja, das frag ich mich auch gerade. Du musst sehr kleine Hände haben, würde ich sagen. Ja, wenn das die Zielgruppe ist. Also DIN A8 ist 5,2 mal 7,4 Zentimeter. Das ist wirklich verdammt klein. Ja, das ist klein. Die Einstellung der Produktion, dafür waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Unter anderem machte eine deutliche Sortimentsstraffung aufgrund des 1982 vollzogenen Vergleichs bei Pelikan die Fortführung dieses Sortiments nicht mehr möglich. Außerdem Weiterentwicklung des Spielzeugmarktes, der sich daran zeigte, dass Actionfiguren oder elektronische Spielgeräte den Wettbewerb verstärkten. Zudem war der Neuheiteneffekt dieses Mini-Sortiments ausgereizt und der Markt gesättigt. Das Logo dieser Tramp-Bücher stellte ein Cowboy dar, der auf dem Boden sitzend und an einem Baumstumpf lehnend ein Tramp-Buch liest. Und die waren zunächst in Jeans-Optik mit geprägter Oberfläche. Es erschienen insgesamt mindestens 159 dieser Bücher, zuzüglich einiger Super-Tramp-Bücher. Und außerdem gibt es dann so ein paar Bücher von Pelikanen mit identischem Format, die Reihe Schnelles Wissens. Ich habe natürlich, als ich das gelesen habe bei Instagram, habe ich natürlich den Gag auch da drunter geschrieben. Das ist der billigste, da wird jetzt jeder selbst drauf kommen. Ich lasse euch das kurz machen, deswegen einen Moment der Stille. So, Donald-Tramp-Bücher, natürlich, was denn sonst? Beziehungsweise, man hat ja Trump gesagt. Ja. Der ist am Trumpen da vorne, er hat ein Surfbrett. Was machst du denn damit? Ja, surfen, was denn sonst? Meine Eltern haben mich immer davor gewarnt, dass man auf gar keinen Fall, in Deutschland heißt es ja nicht Trampen, in Deutschland heißt es ja per Anhalter fahren. Per Anhalter fahren, ja. Mit dem Daumen raus an der Straße. Genau. Da haben die gesagt, nie im Leben darfst du zu einem Fremden ins Auto steigen. Also nicht wie Genie in Forrest Gump. Beziehungsweise auch umgekehrt, nicht? Ein Fremde in mein Auto. Also ein Fremde sollte auch nie sein. Nur Fremde. Aus aktuellem Anlass möchte ich dann hier Give a Little Bit von Supertramp auf unsere Audio-Adlernest-Musikliste packen. Da wurden wir übrigens bei Instagram gefragt, ob es diese Liste außer bei Spotify noch irgendwo gibt. Und zur Zeit ist die Antwort nein, weil wir beide halt da auch unsere Accounts haben. Ich weiß gar nicht, gibt es eine App oder gibt es eine Möglichkeit, dass man, ich meine, wir könnten natürlich eine Excel-Liste oder sowas führen und einfach die Lieder da reinknallen und diese irgendwie allen Hörern zugänglich machen, damit man sich die in seinem Musikdienst selber erstellen kann. Das ist möglich. Oder gibt es so eine Art Online-Playlist? Auf unserer Homepage zum Beispiel könnte man diese Playlist ja führen. Das stimmt. Dann könnten wir die quasi einbinden. Ja, guck mal, das nehmen wir mal mit. Ansonsten, falls einer von euch eine App weiß oder eine Website weiß, wo wir quasi diese Playlist hinterlegen können, damit die dann auch bei anderen Streaming-Anbietern auftaucht, gerne Info hierhin. Genau. Dann machen wir das. Ein anderer Vorschlag war, hast du das gelesen, dass jemand schrieb, ob wir die Playlist quasi in Zehnerschritten organisieren sollen. Ja. Das muss ich vehement ablehnen. Ich habe keinen Bock in meinen Playlists bei Spotify, weil ich die, ich stelle die quasi, die ist in meinem Account, irgendwie nachher 10 oder 20 Audio-Adlernes-Playlists zu haben, das mir zu viel Arbeit. Und das mir auch, nö, möchte ich nicht, danke, nein. Einfach nein. Also ich verstehe, ich verstehe schon die Aufteilung, die verstehe ich schon. Ansonsten müsste man das vielleicht manuell von Folge 1 bis X einmal ordnen, die Lieder. Aber das ist natürlich auch Sisyphus. Das können wir dann in dieser Playlist theoretisch einmal machen. Ich habe noch die Aufzeichnung in meinem Buch, in meinem schlauen Notizbuch vom Schneiden. Das heißt, ich weiß, in welcher Folge welche Lieder vorkamen. Und dementsprechend könnten wir das, wenn wir so eine Liste irgendwie erstellen, also nicht bei Spotify, sondern außerhalb, könnten wir das daneben schreiben. Das würde gehen. Jetzt haben wir so viel über Musik gesprochen. Jetzt habe ich den Faden voran. Hunger bekommen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Gleich schön selber Pizza machen. Aber weil Hunger und Musik zusammen, dann möchte ich gerne das Lied Ketchup Mayo Sandwich von Cosimo, dem Checker vom Neckar, auf unsere Playlist backen. Ein Amüsgöl, möchte ich sagen, für euren inneren Amboss. Ist der verwandt mit Sinus? Gibt es doch Sinus und Cosimo, ne? Ja, Sinus, Cosimo. Ja. Okay. Mit diesem grandiosen Witz leiten wir nun über zum Buch, zu den Mini-Tramp-Büchern. Ich habe mir die Mühe gemacht und mir diese ganzen anderen Geschichten einmal durchgelesen und hier eine, ja, wie ich hoffe, einigermaßen amüsante, zumindest informative Zusammenfassung zu schreiben. Die unterbreche ich zwischendurch mit Zitaten aus dem Buch und um Raphael Platz zu lassen, jetzt vielleicht zu spekulieren oder zu sagen, oh, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Was passiert denn da? Was passiert denn nicht? Das heißt, für euch fassen wir jetzt diese Geschichten zusammen und reden auch ein bisschen drüber. Und du musst natürlich noch dazu sagen, dass du dir alle diese Bücher, diese Trump-Bücher, extra für diese Folge gekauft hast. Deshalb, er zeigt sie gerade in die Kamera, die sehen natürlich auch klasse aus mit dieser Jeans-Optik, das gefällt mir. Mega gut, ne? Gibt es auch schwarze Jeans? Gibt es auch schwarze Jeans und Jeans mit Leoparden-Optik. Ich habe also alle Ausgaben, die es jemals gab. Ach, du hast auch die, wo die Jeans quasi diese riesengroßen Löcher vorne über die Knie hat, wo das eigentlich eine kurze Hose ist, nur noch unten wie so Jeans-Chaps. Das eigentlich gar keine Hose mehr ist. Ja, genau. Also es heißt, mehr Löcher, desto weniger Jeans. Richtig, desto teurer. Mehr Jeans gleich weniger Jeans. Wie bei dem Käse, ne? Ja, okay, ich verstehe. Und ich habe natürlich die große Abenteuer im Ferienlager-Spezialausgabe signiert von Rolf Kalmutschak. Posthum, so signiert, möchte ich sagen. Geil. Ja. Durch AI, Alokai, meine ich. Ja, richtig. Quasi deine Hand geführt. Mega. Was alles, in was für einer Zeit wir leben. Buch 1 hieß als Tramp-Ausgabe, der Dieb in der roten Jacke und wird im Sammelband-Abenteuer im Ferienlager zu der Dieb. Mhm. Und folgendermaßen geht das ab. Also wie von The Boys, ne? Ist quasi The Dieb. The Dieb, ja, richtig. Into The Dieb. Ist das nicht auch ein Horrorfilm? Mhm, mhm. Ich glaube. Deep Purple gibt es doch auch. Ja, ist gut. Komm, machen wir dann von Deep Purple. Uriah Deep? Mir fällt mir nicht ein. Müssen wir Smoke on the Water draufpacken. Für alle Leute, die Gitarren lernen möchten. Gitarren spielen lernen möchten. Vielleicht Smoke on the Water drauf und dann von Uriah Deep noch. Was ist denn für Uriah Deep? Könne ich nicht. Lady in Black. Nee, Red ist, glaube ich, ja Christa Burke. Lady in Red. Das ist Christa Burke und Lady in Black ist von Uriah Heep. Glaube ich. Wirklich? Und wenn das so ist, mache ich das genau so da drauf auf die Liste. Lady in Black. She's dancing. Chick to Chick. Ja. TKKG fahren mit der Bahn Richtung Ferienlager. Gabi hat einen Fensterplatz, Karl nicht. Dafür hat Karl den Freunden diese erste gemeinsame Ferienreise spendiert. Dass Karl mit dem ganzen Geld, das er kürzlich bei einem großen Preisausschreiben gewonnen hat, unsere Ferienreise finanziert, werde ich ihm nie vergessen. Gabi und Klößen sind genauso dankbar, obwohl er davon kein Wort hören will und sich jedes manchmal gar nicht so richtig stattfindet. Außer ab und an mal mit so ein paar hölzernen Aussagen. Es regnet. Schnell. Oder umgekehrt. Ich hatte mich gerade, bevor du das aufgelöst hast, direkt gefragt, Moment mal, wo hat Karl denn jetzt die Kohle her? Kommt noch. Erst kaufen die die Riesenvilla. Jetzt hat er da im Preisausschreiben gewonnen oder im weiß nicht was alles. Das ist für ihn ja auch ein leichtes. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein richtig fettes Nebeneinkommen hat, weil der ja alles weiß. Total. Der kann ja quasi jede, also wenn er jetzt bei Punkt 12 anruft, da kann er direkt hier von, weiß ich nicht, wer der moderiert, Mareika Amado, gewinnt er direkt den Jackpot. Klar, Mareika Amado moderiert Punkt 12. Was weiß ich denn, wenn er moderiert. Aber der könnte doch bei dieser Gefragt, Gejagt, ist das nicht mit diesen Superbrains? Gefragt, gejagt, ja sicher, mit den Jägern. Genau. Und die Experten da sozusagen, genau. Da könnte er doch einer von denen sein zum Beispiel. Die erste Fanbase, ne? Wenn du dir das mal, das ist wirklich eine ganz coole Sendung eigentlich. Jo, das ist auch ganz gut. Da habe ich ein paar Mal auch schon geguckt. Manchmal denke ich mir, woher zum Henker weiß der die Antwort auf diese Frage? Das ist doch mit Alexander Bommes, ne? Der auch hier ist. Ja, genau, genau. Ja, genau. Bommes Mario. Ja, deshalb auch das Lied von eben. Ja. Aber die sind, der hier, der, wie heißt der, Klaus-Ottona-Gorsnick, der ist ja vor kurzem verstorben. So deep bin ich da in einem Game, merke ich gerade. Wir haben den kennt, der ist mit der Brille und der hatte so ein Bärtchen, ne? Genau, genau. Ja, 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 ja. Sympathischer Typ, so. Super. Die sind eigentlich alle sympathisch. Ja. Aber die haben auch alle so ein bisschen ihre Macken. Finde ich aber auch sympathisch. Ja. Und kann man sie gut angucken. Ja. Wie ich finde. Keine Ahnung, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Wie sind wir drauf gekommen? Gut. Wegen Karl. Ah ja, stimmt. Die Vorfreude ist groß. Gabi wird mit Sicherheit die hübscheste an der gesamten Nordseeküste sein. Also irgendwie doch ein wenig Business as usual. Manche Dinge ändern sich halt nie. Kaum angekommen im Ferienlager, wird auch schon das Kaufhaus in den nicht mehr ganz so kleinen 8000-Seelen-Ort besucht. Mopsgesicht Klößchen stockt hier natürlich sofort seinen Schokoladenvorrat auf, während der devote Ferienlagerbesuchfinanzierer mit der Nickelbrille ergebendst auf die Drahtesel der kleinen Reisegruppe aufpasst. Als ich das gelesen habe, fand ich das echt mies. Die gehen jetzt ins Kaufhaus. Einer muss auf die Räder aufpassen. Selbst wenn Karl sagt, ich mach das, sollten doch in diesen 3-4 Wochen, in denen die da sind, alle auf jeden Fall immer alles für Karl tun, weil Karl ja das alles den Bums bezahlt hat. Da sollte man denen gar nichts machen lassen. Ja, ja. Die sollten den mit einer Sänfte zum Strand tragen. Haben die keine Schlösser? Warst du schon mal in so einem Ferienlager und hast da so Fahrräder geliehen? Nee. Ich war mal im. Im Kirchkampferhof. Da gab es keine Fahrräder. Also ich glaube, erstens, die Fahrräder, die klaut eigentlich keiner, die man sich da ausleihen kann. Da sind so abgewrackte Dinger. Und zweitens, glaube ich, existieren, sind die Schlüssel, die sind doch so Schlösser dran, die sind aber abgeschlossen und die Schlüssel, da weiß keiner mehr, wo die sind. Ach so, diese Schlösser meinst du, ja. Wo der Schlüssel quasi die ganze Zeit da drin ist, wo eigentlich nur dieser Riegel durch die Speichel geht, ne? Nee, nee, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Nein, nein, weil dann wäre es ja abgeschlossen, wenn der Schlüssel weg wäre. Ja, ja, genau. Nee, ich meine diese ganz einfachen, runden Kunststoffschlösser, die man früher hatte. Ohne Kombination. Ohne Kombination, wo einfach nur vorne die Schlüssel reingesteckt wird. Die waren meistens farbig. Ich glaube, die waren immer blau, diese Dinger. Die waren so drumherum. Aber die hatten ganz viele Leute am Fahrrad und die hingen einfach so unterm Sattel, unter dieser kleinen Tasche, in der das Fahrradflickzeug drin war. Natürlich, natürlich. Diese Minitasche. Ja, ja, ja. Darunter hingen die, aber die hingen da einfach nur, weil keiner wusste, wo der Schlüssel ist. Und keiner hatte aber auch Bock, irgendwie einen Seitenschneider zu nehmen und die mal abzuschneiden. Die hingen einfach so wie Schmuck da dran. Im Prinzip wie Wallace Freundschaftsbändchen, nur am Fahrrad. Ah ja, 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 verstehe. Leider reißt Willi die Tüte im Kaufhaus, sodass er den neu erworbenen Schokovorrat unter seiner auffälligen roten Jacke lagern muss, auf dem Weg nach draußen. Auf diesem kommt es schließlich zu einer folgenschweren Anschuldigung. Er wird von zwei übereifrigen Kaufhausdetektiven des Ladendiebstahls bezichtigt. Moment bitte, sagte Tarzan und schob sich vor. Fast um einen halben Kopf überragte er die beiden Männer. Wir gehören dazu. Ihr Irrtum, meine Harren, wird sich bestimmt gleich aufklären. Denn die Beschuldigung ist lächerlich. Mein Freund Willi Sauerlich stiehlt nicht. Keiner von uns stiehlt. Und sie sollten hier nicht so voreilig rumschreien. Sonst ist das nachher mit einer Entschuldigung ihrerseits kaum noch gut zu machen. Eieiei, Tarzan ist ein Kopf größer als die Kaufhausdetektive? Selbstverständlich, der ist hochgewachsen. Mit 13 schon 1,90. Ja, so ungefähr. Deshalb ist er auch so gut in Volleyball. Weil er der Größte ist in der ganzen Liga. Ja. Ich glaube, das sind extrem kleine Kaufhausdetektive. Damit die nicht auffallen, haben die nur kleine Menschen ausgesucht. Ja, ja, schlau. Weißt du, wo die sich drin verstecken können? In diesen, kennst du diese kleinen Häuschen aus Plastik für Kinder? Aus diesem Haus in Miniatur quasi. Ja, klar. Türen, da gucken die die ganze Zeit zum Fenster raus. Sitzen die ganze Zeit drin. Da können die, das ist ihr Büro, da können die super drin, können die dich perfekt daraus beobachten. Vor allem, du siehst die auch nicht kommen. Das heißt, wenn du wirklich was klauen würdest, du guckst ja gar nicht auf deren Höhe quasi. Das ist der Hammer. Ja, unten im Kaufhaus sind ja auch die billigen Sachen, da guckt ja keiner hin. Man nimmt ja die Sachen auf Augenhöhe, ist ja psychologisch so erwiesen. Das stimmt. Und deshalb laufen die quasi im wahrsten Sinne des Wortes unterm Radar. Ah, guck. Leider hat unser beleibter Freund den Kassenbon verloren und kann so, trotz vermehrter Beteuerung, natürlich nicht beweisen, die Tafeln legal gekauft zu haben. Der Geschäftsführer wird hinzugezogen. Trotz der Anschuldigung führen berechtigte Zweifel, in Klammern, es ist schon der fünfte Diebstahl und unsere Freunde sind noch gar nicht so lange vor Ort und der vermeintliche Dieb hatte eine andere Statur als der Sauerlich-Sprössling. Dazu, dass TKKG das Kaufhaus schließlich verlassen kann. Allerdings reicht die Beschreibung des tatsächlich Verdächtigen für Tarzan dazu, diesen quasi direkt zu identifizieren. Er wohnt ebenfalls im Ferienlager und hört auf den klangvollen Namen Billy Schneider. Okay. Dieser Freund übrigens dem Tabakkonsum und ist daher schon mal per se schuldig. Aber das nur nebenbei. Tarzan konfrontiert den guten Billy direkt mit seinem Verdacht und möchte ein Foto schießen, um es im Kaufhaus zu zeigen. Rasputin schreitet gerade noch ein, um eine Keilerei zu verhindern. Das Foto wird trotzdem geschossen und der Abgelichtete im Warenhaus als Dieb identifiziert, der bisher einen Schaden von 8.000 Mark, für dich habe ich nochmal aufgeschrieben, das sind circa anderthalb Millionen Euro, angerichtet hat. Als die Polizei im Camp ankommt, erleben wir eine Überraschung. Rasputin schwört stein auf Bart, dass Billy in den vergangenen neun Tagen wegen einer schweren Angina auf der Krankenstation lag und daher nicht der Täter sein kann. Trotzdem nimmt die Polizei ihn mit zur Gegenüberstellung, bei der die Kaufhausdetektive weiter beteuern, Billy sei der gesuchte Bösewicht. Okay, also mehrere Sachen, ich muss mich mal kurz outen, ich weiß nicht, was eine Angina ist, ich kenne das nur von früher immer oder wenn irgendjemand immer sagt, hat Angina, eitrige Angina, was weiß ich, eitrige Angela, was ist das? Ich weiß nicht, was es ist. Ich, ich, das ist vielleicht so eine Art grippaler Infekt, ich habe auch, ich weiß auch nicht, tatsächlich. Achso, achso, ja guck. Ich habe nicht nachgeschaut, ich habe das nur aufgeschrieben, ich habe für diese Folge nichts recherchiert. Tut mir leid, es gibt, ähm. Ich habe eine Cousine, die heißt Angina Verena. Hä, hier kommt, ja, okay, ich fand es witzig, weil ich die kenne, aber, äh, das, hä, medizinische Bezeichnung für Enge und Beklemmung, Engegefühl, Angina. Hä, warte mal, deine Zeit über Leidzündung, was ist das denn? Irgendwas mit starker Halsschmerzen, bleiben wir mal bei starker Halsschmerzen. Okay, ja. Google schlägt mir auch vor, äh, Anigna Buschta, das ist aber wohl eine Schauspielerin, witzig, wenn man Angina googelt hat, was auf die kommt, finde ich mal witzig. Also Billy Schneider, den Namen, ähm, der hat mich direkt an ein Anime, äh, erinnert, und zwar heißt das, heißt der Anime Bastard mit Doppelausrufezeichen dahinter und der Bösewicht, der heißt Dark Schneider, da muss ich jetzt gerade dran denken, ähm, und ich wollte irgendwas mit Billy, was wollte ich denn von Billy auf die Playlist packen? Billy Jean von Michael Jackson. Danke, richtig, war kurz bei Billy Eilish, aber da höre ich nichts von. Der hat doch hier in The Midnight Hour. Genau, der hat, äh, er hat, äh, wie die Eilish. Und zwölf Uhr nachts immer Angina. Mhm. Midnight, Aua. Machen wir auch, also entweder war die schon die Folge oder die kommt schon, kommt noch unsere Aua-Folge. Aber die kann man auch nach Midnight oder vor Midnight hören, ist okay. Die sollte man ständig hören. Ja. Über verschiedene Geräte, bitte auch. Ja. Also ziemlich komisch hier, ähm. Also, Billy wird verdächtigt. Ja. Billy, und dann, zack, er ist es doch nicht. Aber hast du gedacht, mit einer Angina liegt man nicht neun Tage flach? Aber du wusstest ja gar nicht, was eine Angina ist, hätte auch was Ernstes sein können. Wer liegt denn mit Halsschmerzen flach? Ja, mit die Schneider. Das muss ja viel weiterführen, diese Angina. Also, Halsschmerzen, da muss ja noch was anderes bei sein. Ich wette, es werden sich so viele Leute in den Kommentaren melden, die uns genau erklären, was das ist und warum man damit flach liegt. Ich glaube auch. Warum kennt ihr das nicht? Genau, ungebildetes Pack. Ja, ungebildetes Pack oder, toi, 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 Klopf auf Holz, gesundes Pack. Noch nie gehabt, gesundes Pack, ja. Gesundes Pack, finde ich auch gut. Beim anschließenden Eisholen kommt unseren Freunden besagter Billy Schneider entgegen. Doch im Gegensatz zu vorherigen Begegnungen reagiert Oskar, seines Zeichnes Cocker Spaniel, nicht wie gewohnt feindselig. Noch überraschender, auch Billy scheint unserer Ferienlagerbande gegenüber weder feindselig, noch irgendwie interessiert gegenüber zu stehen. Sie werden schlichtweg von ihm ignoriert. Bei Tarzan arbeitet es daraufhin im Oberstübchen und er nimmt per Fahrrad die Verfolgung des vermeintlichen Kaufhausdiebes auf. Während Gabi und Willi zur Zeitüberbrückung Schach spielen, findet Tarzan gar Sensationelles heraus. Billy Schneider hat einen Zwilling. Werner Schneider? Nicht wie der Boxkommentator mit Y, sondern mit I in der Mitte geschrieben. Tarzan setzt sich also nun gegen das doppelte Schneiderlein zur Wehr, setzt die Doppelexistenten Schachmatt und transportiert seine Gefangenen zum Ort des Verbrechens, dem Kaufhaus der Stadt, zurück. Boah, was denn das für ein Twist? Krass, ne? Also ich hab mich gefragt, wer Werner mit I oder mit Y schreibt, aber gut. Vielleicht nochmal eine ganz andere Sache, aber finde ich ziemlich billig, die Wendung. Ziemlich billig. Finde ich super billig. Ja. Also der hat einfach einen Zwilling, okay, dann war der da. Ja, aber die planen das. Also der Tarzan fährt dem hinterher und sieht dann, die haben irgendwo so eine Hütte im Wald, in der die ihr Diebesgut verstecken. Ach doch, beide zusammen. Dann, ja, also der andere Schneider ist dann dort und der trifft dann dort auf beide und dann verwämst er die auch beide. Deshalb hab ich auch geschrieben, gegen das doppelte Schneiderlein. Ja. Und dann, aber der verschnürt die dann wirklich, also so wie ich es sonst immer sage, so zu einem Paket und transportiert beide, die riesige Kanten sind gegen ihn, transportiert der zum Kaufhaus für die Gegenüberstellung, aber die sind so groggy, dass die sich gar nicht mehr wehren können. Das heißt, der hat sich aber nicht gegen die zur Wehr gesetzt, sondern der hat die einfach, der hat den einfach aufs Maul gehauen. Also der hat die einfach verprügelt. Also so selbstjustizmäßig. So, guck mal, ihr habt irgendwas geklaut, ihr kriegt jetzt aufs Maul. Ja, aber so macht das Batman ja auch. Ha, touché. Ja, und da hat keiner was gegen. Das stimmt. Du hast die anderen Geschichten jetzt noch nicht gehört, aber jetzt dein Rating zur Geschichte, also ich hab dir natürlich jetzt sehr komprimiert zusammengefasst, aber so von der Story-Idee her, gib mal bitte ein bis zehn Tramp-Mini-Bücher. Oh Gott, ähm, also typische TKKG-Story, find ich, also ganz, ganz typisch. Ja, also ich glaube, ausgeschmückter könnte, könnte die mir gefallen, könnte ich mir vorstellen. Ich find's halt, klar, das ist immer das gleiche Muster, bla bla bla, alles gut, aber ist ja auch nicht tragisch. Wobei, ich, hier, neu ist ja schon, dass einer der TKKG-Freunde ins Visier der Justiz sozusagen gerät. Ja, ja, definitiv. Das kann Tatsa natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Auf gar keinen Fall. Weil der ist ja der, haben wir ja schon gesagt, der rechtschaffenste Rächer. Ja, das fällt auf TKKG zurück. Das ist wie, als hätte mir einer eine tote Ratte unter Zweck gelegt. Und wenn das auf TKKG zurückfällt, dann fliegt Willi raus. Aber im hohen Bogen. Aber ja, stell dir das mal vor. Der kriegt im wahrsten Sinne des Wortes dann sein Fett weg. Ich würd sagen, Tatsa, wie du das schon mal in irgendeiner Story hast, der findet auch seine Familie und vernichtet auch die Schokoladenfabrik im Anschluss. Aber hundertprozentig. Die setzen kein, kein Bein mehr auf in Deutschland Supermärkte. Nee, das glaub ich auch. Das Feierabend. Er ruft direkt den Dümmel an und klaut dem sämtliche Platzierungen im Tatsa und die Schokoladenfabrik. Boah, das find ich gut. Das könnte ne Folge werden. Das könnte ne Folge werden, ja. Warte mal ab, warte mal ab. Europa, bitte hier, ne? Copyright, Audio-Artline-Hest. Ja, fand ich jetzt ganz nett. Also ich glaub, das Ranking muss ich, glaub ich, nachher machen. Weil ich ja nicht weiß, was noch kommt. Also wird's besser oder wird's schlimmer? Okay, sag mal nix, lass mich mal. Du hattest ja schon was gesagt, was noch kommt. Ich hab mir keine, ich hab's mir nicht durchgelesen, ich hab's mir nicht, ähm. Also mit anderen Worten, du warst faul. Ich sollte doch nicht, ich muss doch hier Live-Reaction machen. Ja, aber ich wollte dich einfach ein bisschen vorführen jetzt vor dem Publikum. Achso, das ist doch nett. Danke, Tarzan. Man muss ab und zu so ein bisschen, man muss so ein bisschen so Würze in den Podcasts bringen. Ach, heißt das, müssen wir, müssen wir edgy werden? Müssen wir edgy werden? Ab und zu, andere Podcaster, die beschimpfen sich regelrecht. Ist das so? Ja. Was soll das sein? Meinen das aber nett, natürlich, also so hintenrum wieder. Aber so manchmal, glaub ich, so ein bisschen ist zu viel Harmonie, hab ich rausgehört bei den Kommentaren. Was? Hab ich jetzt einfach erfunden. Wir sind einfach zwei nette Typen, das ist einfach, was soll ich denn sagen? Wir verstellen uns ja hier auch nicht. Wie soll das denn auch gehen? Stundenlang hier sitzen. Stundenlang verstellen, was ist das denn? Ja, hab ich das schon letztens erwähnt, dass wir eigentlich, wir kennen uns eigentlich gar nicht, wir sind gecastet worden für diesen Podcast. Die ganze Background-Story, das ist alles Bullshit, das ist wie hier TKKG Truman Show. Was wäre wenn, ja, ja. Wir haben uns bei der ersten Folge das erste Mal per Kamera gesehen, wir hatten Skript und danach arbeiten wir hier das durch. Das wird alles für uns geschrieben von professionellen Autoren. Ja, ja. Und wir tun nur so als ob. Ja. So. Ronja, oder wie du auch immer heißt. Geschichte 2. Räumotochter. Heißt Oma und die Gespenster im Original-Tramp-Buch und in Abenteuer in Ferienlager wird es zu Die Gespenster. Mhm. Aus Buch 3, der Drohbrief wurde Die Erpresser. Haben wir aber beide schon im Hörspiel gehört, die Geschichten 2 und 3. Genau, genau. Und damit kommen wir zu Buch 4, der Kampf gegen die Rocker, im Abenteuerbuch schlicht die Rocker. Drei Wochen sind TKKG mittlerweile an der Nordsee. Es ist der 22. Juli. Kennst du Leute, die Juli und Juno sagen? Ja, klar. Sag ich aber auch öfter mal. Das ist wie 2 und 2. Das musst du auch sagen. Ja. Weil 2 und 3 sind zu nah aneinander. Genau. Und wenn du das jemandem verständlich machen willst, vor allem sagen wir mal zum Beispiel an der Hotline und in der Regel sind da Leute, die keine Deutsch-Native-Speaker sind, hatte ich letztens wieder hier mit meinem Internet, Knorr-Geräusche und Faust in die Luft. Was hat denn Knorr damit zu tun? Die fertig gerichte Knorr-Geräusche. Okay, weiter geht's. Tarzan notiert mal wieder in seinem Tagebuch, beziehungsweise schreibt an seiner Autobiografie. Das stimmt nicht. Nein, das habe ich. Achso. Okay, 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 okay. Aber finde ich eine interessante Idee für eine Was-wäre-wenn-Folge. Oh ja. Wie würde Tarzans Autobiografie aussehen? Oder hat er einen Ghostwriter und wer schreibt dem das und so? Sollten wir hier mal einen geistigen, wie nennt sich das? Geistigen Nachbrenner. Nee, so ein Haken setzen, so ein Lesezeichen quasi. Ein Eselsohr. Ein verbales. Das Übungsgelände der Bundeswehr wird mit einer heiteren Anekdote eingeführt. Zum Beispiel gibt es nördlich von Larsdorf ein Übungsgelände der Bundeswehr. Sperrzone, weil dort manchmal Munition herumliegt. Oskar, Gabis lustiger Kocker Spaniel, zwängte sich gestern unter dem Zaun durch und brachte dann eine scharfe Handgranate im Maul. Alter, was? Karl und Klöschen sind gleich hinter einem Baum in Deckung gegangen. Mir klopfte das Herz bis zum Hals, aber ich konnte Oskar überreden, sein Spielzeug herzugeben. Ich stieß dann auf eine Gruppe Bundeswehrsoldaten, denen ich die Granate gab. Die haben vielleicht geguckt. Da habe ich mir nur ganz dick an den Rand geschrieben. What? Ob auf dem Bundeswehrgebiet irgendwo eine scharfe Handgranate rumliegt und ein Hund die klauen kann. Was für ein Scheiß. Was ist das denn? Also ich habe da mehrere Fragen. Was ist an Oskar lustig? Frage ich mich jetzt. An Oskar? Selber? Boah, der lustige Kocker Spaniel. Was ist denn an dem witzig? Also nichts ist, ich finde gar nichts lustig an dem. Das Einzige, was man hört ist, sonst hört man nichts. Ja, das stimmt. Oder hast du es dir jetzt einfach so vorgelesen? Nein, 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 das steht so. Das steht da doch. Ich habe das einfach so mitgelesen, ohne darüber nachzudenken. Das heißt, Sperrgebiet. Ja. Wie kommt der Hund aufs Gelände, wenn es ein Sperrgebiet ist? Wieso können die sich so sehr nähern an dieses Sperrgebiet? Kann nicht sein. Da gab es auch damals 100 Pro schon Überwachungskameras oder irgendeine Form von Überwachung. Doppelte Patrouille. Naja gut, lassen wir mal so stehen. Ich möchte von Mike Krüger, obwohl er mittlerweile Sachen macht, die ich gar nicht mehr cool finde, möchte ich aber hier, ich bin Bundeswehrsoldat, auf die Liste packen, damit wir ein bisschen Musik haben. Das habe ich noch nie gehört. Das lief damals immer bei Rock am Ring. Irgendwie, als ich das erste Mal da war, ich glaube, das war 2001 oder 2002 oder 1999. Wer war denn jetzt? Da sind ja immer, ja, irgendwo in dem Zeitraum, da sind ja immer lustige Leute, die morgens früh um 5.30 Uhr aufstehen, nachdem man um 4.30 Uhr irgendwie die Augen zugemacht hat. Und dann denken, die müssen den ganzen Campingplatz wecken. Und dann meistens kommt dann, guten Morgen, guten Morgen. Und aber der hatte so eine Playlist, da war immer Bodo mit dem Bagger, auch von Mike Krüger. Ich bin Bundeswehrsoldat war da drin. Und noch so ein paar andere Lieder. Und ich habe das, glaube ich, selbst noch nie gehört, das Lied. Ich kenne das nur daher. Aber seit 20 Jahren Ohrwurm. Ach du Scheiße. Außerdem, Raphael, gibt es folgendes Zitat im Buch, aus dem Buch. Also, es geht darum, dass Tarzan weiter beschreibt und schreibt, wie die teilweise auch von anderen beschrieben werden in diesem Camp. Mhm. Das steht da so drin. Meinst du, was denke ich mir aus? Da steht N-E-G-E-R drin. Ja, steht da drin. Aber, ja, müssen wir nicht viel zu sagen. Ich wollte es nur als kleine Besonderheit sozusagen der Vollständigkeit halber. Wir wissen alle, dass das Wort nicht okay ist. TKKG liegen faul unter einem sehr spezifisch benannten Baum und treten langsam zum Apfelkuchenessen in Larsdorf an. Ah, das Cover. Ja, richtig, genau. Stark. Auf dieser Fahrt tappen sie direkt ins nächste Abenteuer. Eine Bande von Rockern, die Höllenbrut, fährt mit ihren schweren Maschinen an ihnen vorbei und verschaffen sich dabei so rüpelhaft Platz, dass Gabi samt Fahrrad ins Weizenfeld kippt. Bis auf einen blauen Fleck und etwas aufgeschürfte Haut ist ihr bis hierhin zwar nichts passiert, aber der geneigte TKKG-Leser und Hörer kann sich ab diesem Punkt schon denken, dass unser Lieblings-Superathlet es nicht dabei bewenden lassen wird. Seite 122. Also ich kenne jetzt die Straßenverhältnisse nicht, aber wenn rechts und links Feld ist, dann wird es wohl irgendwie ein Wirtschaftsweg sein, eine Art oder vielleicht ein gerade so asphaltierter Fahrtgefälligst nicht nebeneinander Fahrrad. Ich weiß aber nicht, ob man auf einem Wirtschaftsweg mit einem Motorrad langfahren darf, ne? Ja, natürlich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne jetzt die Straßenverhältnisse nicht, aber gut, klar, es muss natürlich irgendwie dazu kommen, ob da jemand absichtlich... Einen Fahrradfahrer abdrängt auf dem Motorrad? Weiß ich nicht. Die schon, das sind nämlich Rüpel. Ach ja, und Rocker. Rocker und Rüpel. Seite 122, da hat Tarzan so ein bisschen seinen 96-Hours-Taken-Moment. Uh. Für einen Moment schloss Tarzan die Augen. Dann wusste er, dass er das Gesicht des Rockers unauslöslich im Gedächtnis hatte. Ich werde dich jetzt mitnehmen. Oh Gott. Erst recht, nachdem unsere Freunde zusätzlich herausfinden, dass die Rocker eine Bande Jugendlicher terrorisieren, die sich eine kleine Scheune als Jugendheim um- bzw. aufbauen wollten, um dort ein paar ihrer Ferientage zu verbringen. Die Rocker, unter ihrem Anführer Heiko Melsen, zwingen die Kids aus den umliegenden Dörfern nun dazu, dieses Jugendheim wieder abzureißen. Weil, na, warum eigentlich? Einfach so. Weil es böse Rocker sind, die anderen keinen Spaß gönnen. Eines der Kinder, ein Junge namens Volker, hat von Melsen wegen der Widerworte gegen das geplante Abrisskommando so eine verpasst bekommen, dass er minutenlang K.O. war. Alter, Schwere, die schlagen Kinder? Die schlagen Kinder und die schlagen sogar Mädchen, wird im weiteren Verlauf gesagt. Also, die sind richtig brutale Arschgesichter. Schweine. Ja. Das sind Heiko Melsen, Dieter Plaschke, Jutta Kraning. Die hat schon zwei Jugendstrafen weg, wegen Diebstahls. In den Ausflugslokalen arbeitet sie manchmal als Bedienung. Aushilfsweise. Ich hörte, wie sie mal sagte, dass sie sich gern in den Po kneifen lässt, weil es dann besonders viel Trinkgeld gäbe. Okay. Ja, jeder so, wie er möchte, ne? Also, es heißt, es ist eine Rockerin. Sie ist eine Rockerin. Ist ja völlig unrealistisch. Ja, aber die sitzt ja bestimmt nur im Sozius. Stefan Wolf hat ja gar keine Ahnung von der Rocker-Szene, möchte ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Vielleicht hat jemand schon mal was von den Chefin der Hells Angels gehört. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Banditas. Und bei Sons of Anarchy waren auch keine Frauen dabei. Mutter, Mutter Gemma. Ein bisschen schon so im Hintergrund Drahtzieher. Ja, im Hintergrund. Ist ja hinter jedem starken Rocker steht eine starke Rockerin. Man kennt die Sprüche. Das stimmt. Heiko Melsen, den Namen finde ich für die ja gar nicht schlecht. Also irgendwie gut ausgedacht. Dass er nicht irgendwie, ja, Heiko Hau drauf heißt oder so. Was mit Dieter Plaschke? Dieter Plaschke hört sich an wie ein Fußballkommentator. Und Jutta Kraning? Schauspielerin. In Folge 26 wird es eine Elsa Kranich geben, kann ich dir schon mal sagen. Ich weiß nicht, wieso ich diesen Namen im Kopf habe, aber kommt noch. Okay. Hat das was mit Ornithologie zu tun? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Tarzans Plan ist mal wieder klar wie Sportlernahrung. Er möchte den Anführer in einem fairen Zweikampf Mano a Mano besiegen, um die Rocker ein für allemal davon abzuhalten, überhaupt nur auf die Idee zu kommen, irgendwen zu terrorisieren. Fast forward und eine erfolgreiche Nachforschung bei Melsens asozialem Vater später, der im Übrigen nichts davon wusste, wissen wir. Die Waffen, die im Hörspiel von Dirk Hansen und Co. geklaut wurden, stibitzten im Buch die Rocker in Person von Mr. Melsen. Der Kampf findet statt und der Ausgang ist trotz kreativer Einschüchterung durch den Rocker. Der Kampf findet statt und der Ausgang ist trotz kreativer Einschüchterung durch den Rocker wenig überraschend. Der Obermotorradfahrer wird verprügelt wie ein Mehlsack und im Anschluss von den Polypen eingesackt. Melsen der Mehlsack. Melsen der Mehlsack. Genau. Das ist Geschichte vier. Okay. Glaube, die finde ich besser als die davor. Mit diesem kleinen Diebstahlgedöns. Das ist mir eigentlich schon fast zu langweilig. Im direkten Vergleich jetzt. Hier ist ja richtig was los. Also erstmal aufs Bundeswehrgelände. Rocker, die aufs Bundeswehrgelände kommen. Das heißt, die müssen ja quasi einen Komplizen in der Kaserne haben. Weil wie kommen die da einfach so drauf? Die Waffen müssen weggeschafft werden. Oskar hatten die als Komplizen. Ja, das kann sein. Er hat nach und nach Handgranaten und Gewehre. NATO-Gewehre. NATO-Gewehre. Ja. Das war ein guter Ausgang. Ja, Showdown. Das hatten wir schon mal. Mhm. Ich meine gut. Ist halt wie gesagt. Also die Hälfte dieser Geschichte ist verarbeitet in der Erpresserbrief-Geschichte im Hörspiel. Also die Sachen mit den Knarren und so, die die geklaut haben. Das ist natürlich Türk Hansen im Hörspiel. Und hier sind das die Rocker. Ja, und diese kleine. Es gibt dann wieder so einen Zweikampf. Das hatten wir in den Büchern schon mal öfter. In den Hörspielen ja nicht. Nee, genau. Also wenn du mich fragst, ich finde die erste Geschichte ein bisschen cooler, weil es das so noch nicht gab. Du findest die Rocker cooler. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei der Geschichte. Coolständig auch, wenn Tarzan mal aufs Maul kriegt und dann ist es vorbei. Also er hat verloren. Also nicht tot, sondern er hat verloren. Und keine Ahnung, der Rest der Freunde besucht Tarzan im Krankenhaus. Und alle lachen Geschichte aus. Ich hab das Gefühl, das wird nicht passieren. Ja. Die Bösen gewinnen nicht. Bösen gewinnen nicht, das stimmt. Das fünfte und letzte Buch. Im Original Margit zeigt, was sie kann. Mhm. In dieser Compilation Rettung in letzter Sekunde. Ich hab mir folgendes notiert. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, weil ich an dieser Stelle keine Lust mehr habe, das auch noch zusammenzufassen. Willi ist immer noch fett. Karl fragt sich wahrscheinlich, warum er den Urlaub finanziert hat, wenn er kaum was machen darf, außer Räder festzuhalten. Und Gabi wird mittlerweile im Ferienlager völlig überraschend von allen Kindern Pfote genannt. Warum? Das kann Raphael euch vielleicht erklären. Jedenfalls gibt es am Ende dieses Buches eine Geschichte, die sich irgendwie auch um Inklusion dreht. Margit ist ein Mädchen, das im Rollstuhl sitzt. Margit Plöner heißt sie, um genau zu sein. Während wir ins Hallenbad gingen, hat Margit Plöner auf Oskar Gabis weiß-schwarzen Cocker Spaniel aufgepasst. Lustigen weiß-schwarzen Cocker Spaniel. Er mag Margit und wir mögen Margit. Aber weitere Sympathien wird sich das arme Mädchen nicht erwerben, glaube ich. So ungerecht geht es zu, denn Margit ist prima, aber leider behindert. Als kleines Kind hatte sie Kinderlähmung. Jetzt ist sie 14, also ein Jahr älter als wir, aber sehr schmächtig. Und ihre Beine sind so dünn wie Gabis Arme. Ganz mühsam nur, kann sie sich mit zwei Krücken bewegen. Und 20 Meter sind eine Riesenstrecke für sie. Die Krücken benutzt sie eigentlich nur im Haus. Für draußen hat sie einen Rollstuhl. Einen sogenannten Sportrollstuhl, mit dem Behinderte viele Sportarten ausüben können. Punkt, 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 Punkt. Und Margit sieht nett aus, mit braunen, langen Haaren und sehr großen, dunklen Augen. Aber sie hat was Trauriges im Blick. Nicht so sehr wegen ihrer Behinderung, damit hat sie sich abgefunden, sondern wegen der Herzlosigkeit, mit der andere sie behandeln. Es gibt sogar ein paar Idioten, Punkt, Punkt, Punkt. So wird Margit eingeführt. Möchtest du dazu schon was sagen? Also ich weiß, wie dieser Sportrollstuhl aussieht. Die sind so ein bisschen so mit Sturz nach innen. Die Räder, die sind ja auch beim Rollstuhlbasketball. Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Genau, da kenne ich auch einen, der das spielt. Also es gibt natürlich ganz viele. Ja, aber du kennst einen persönlich. Genau, der Sven. Schöne Grüße, aber der gehört den Podcast eh nicht. Aber trotzdem schöne Grüße. Also Besserung zu tun, zum Beispiel Basketball spielen. Zum Beispiel Basketball spielen, genau. Ja, also okay, Beschreibung ist ja aus Tatsachensicht. Genau. Weil, was weiß ich, wie dick Gabis Arme sind. Aber ich kann mir wohl vorstellen, Gabi ist ja super toll und schlank und super und so. Und dann sind sie wahrscheinlich sehr dünn. Ja. Deshalb auch die Beine. Das kann man sich natürlich bildlich gut vorstellen. Genau. Und es geht ja eigentlich an Kinder. Oder, dass die sich das vorstellen. Ich glaube mit dem, ich glaube viele Leute hätten ein Problem mit dem Wort behindert. Könnte ich mir vorstellen. Also würden quasi beeinträchtigt sagen. Heute sagt man statt behinderter Mensch, sagt man Mensch mit Behinderung. Ja, genau. Gut, behinderter Mensch finde ich immer noch besser als behinderter. Ja, okay. Also das finde ich ein bisschen abwertend tatsächlich. Was ich abwertend finde und ich muss selber zugeben, dass ich es auch getan habe, in der Vergangenheit, ich versuche das wirklich nicht mehr zu machen. Also quasi als, wenn man sagt, das ist schlecht, das ist scheiße oder so, zu sagen, boah, das ist behindert. Und wenn mir das rausrutscht, denke ich immer, ah, das war scheiße. Ja. Weil Menschen mit Behinderung können nichts dafür, dass sie eine Behinderung haben. Genau. Und ich kann mir vorstellen, wie sich jemand fühlt, wenn man quasi eine schlechte Sache mit diesem Wort sozusagen kommentiert. Von daher versuche ich das zu vermeiden und auch zum Beispiel meiner Tochter zu sagen, dass man sowas nicht sagt. Also von alleine würde sie es nicht sagen wahrscheinlich, aber irgendwo hören. Das finde ich schon Sachen, die kann man besser machen so heutzutage. Und ich finde, hier klingt es auch, also Margit wird von Anfang an hier von Stefan Wolf in so eine Opferrolle, in so eine Ecke geschrieben. Wie gesagt, es geht ganz gut in der Geschichte weiter, aber ich finde, wie sie hier beschrieben wird, aber es ist natürlich nicht ganz unrealistisch. Es sind Kinder in einem Ferienlager und es ist eine Rollstuhlfahrerin da. Richtig, richtig. Und natürlich wird die erstmal von allen angeguckt. Natürlich. Ich weiß nicht, ob Kinder direkt so sind und zu sagen, das ist aber was Schlechtes. Nee. Sondern erstmal sind Kinder ja so und sagen, ich bin neugierig, wieso sitzt du da und stehst nicht auf. So, ganz blöd gesagt. Und je jünger die Kinder sind, glaube ich, desto unbefangener gehen die an solche Dinge ran. Ja, ich glaube auch, ja. Aber trotzdem wissen wir, Kinder sind grausam, können grausam sein, so, nicht Kinder sind grausam. Machen sich aber auch, glaube ich, über viele Sachen gar keine Gedanken. Nee. Ich glaube, wenn sich dieses Rollstuhlmädchen mit einem nicht querschnittsgelähmt, ich weiß nicht, was er hat, ich sage jetzt mal querschnittsgelähmt, mit einem nicht querschnittsgelähmten jungen Mädchen, was auch immer, unterhält. Ich glaube, die Kommunikation ist relativ offen, könnte ich mir vorstellen. Also unbefahrend. Sprachbehinderung. Also, mein Gott. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das wird nicht wirklich noch eingegangen. Stell dir vor, die sagt Coca Spaniel, das wäre natürlich auch blöd, wenn sie dann auch noch ein Lispelt, ne? Das stimmt. Ich fahre eine F-Kurve. Ja. Wie Pep Guardiola. Coca Spaniel. Coca Spaniel. Wie heißt denn aber dieser Drummer, den Simon so toll findet? Esteban Este Elfepario. Ich kann es nicht so gut sagen. Wie heißt denn der nochmal? Habe ich auch vergessen. Ich schicke dem Simon eine Nachricht, dass er mir das einmal einsprechen soll, dann schneide ich das hier an der Stelle ein. Das ist schön, wie der das sagt. Simon ist übrigens ein gemeinsamer Freund von uns, mit dem wir einen anderen Podcast gestalten, der sich Filme in Serie nennt. Nur falls ihr den Simon mal hören wollt, könnt ihr da auch mal gerne reinhören. Also ich glaube, das ist auch so ein Gespräch, sag ich mal, wenn du mit, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 bist und dann so ein Aufeinandertreffen ist, natürlich ganz anders abläuft. Keiner fragt dann direkt, wird das du denn gemacht? So, das macht ja keiner. Kinder machen das. Die sagen dann, was hast du denn? Warum kannst du denn nicht gehen? Das ist ja eigentlich auch okay. Ich bin ja immer für offene Kommunikation, aber man muss natürlich immer gucken, dass man den Leuten nicht auf den Schlips tritt. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, irgendwie beim Hausbrand ist und irgendwie die Hälfte des Gesichts ist so Nickel-Lauder-mäßig, dann kann ich gut in einem neuen Batman-Film mitspielen zum Beispiel. Perfekt, Two-Face, absolut geil. Ja. Aber, hm, für den Alltagsspiel. Das machst du ja nicht. Du weißt ja niemanden darauf hin. Margit wird gehänselt von Lothar Habicht und das finden TKKG doof. Tarzan hat aber noch kurz was anderes zu erledigen. Ich will mal rasch in den Ort radeln und das naturwissenschaftliche Monatsmagazin kaufen, das es heute neu gibt. Außerdem habe ich Japs auf einem Milchmix. Japs? Japs habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Wie so ein Heeper oder eine Bock. Hä, ich kenne nur Japsen im Sinne von Luft holen. Mhm, kenne ich auch. Aber kennst du einen Heeper haben? Einen Heeper. Einen Heeper mit H, glaube ich, oder? Ich kenne das nur mit J. Einen Heeper. Vielleicht ist das was, was ich mein Leben lang falsch gehört habe. Oh, ja, wer weiß. Das ist möglich. Ich sage nur Hollandaise-Schnitzel. Genau, also an Schnitzeljagd haben wir beide ja gar nicht gedacht. Hier Papierschnitzel, Papierschnipsel, aber macht auch Sinn. Das heißt ja auch nicht Schnipseljagd, sondern Schnitzeljagd. Ja, genau. Das ist einfach ein bisschen doof. Also Holz-Schnitzel macht ja Sinn wegen Schnitzen vielleicht. Und dann sind es quasi die Schnitzel. Das macht ja Sinn. Ja. Wie viele Leute sagen, weil das ergibt Sinn. Das geht beides übrigens. Ich habe mich nämlich früher immer gefragt, warum heißt das überhaupt Schnitzeljagd? Ja. Es gibt nichts zu essen. Weder Wiener noch Jäger noch Puster-Schnitzel. Gab es ja alles nicht. Du hast übrigens recht. Es heißt die Yeeper. Ich habe es mein Leben lang falsch gesagt. Guck. Also nicht, dass ich das häufig verwenden würde. Und es kommt vom niederdeutschen Wort Gieper mit G wie Granate. Okay. Einbahnfrei, dass du das nachgeguckt hast. Mega, ne? Außerdem begibt sich Folgendes. Oh Gott. Als Tarzan an der Telefonzelle vorbeikam, hatte sein Kaugummi keinen Geschmack mehr. Wir erinnern uns, in den 80ern, das war bestimmt so ein Knight Rider Kaugummi mit Aufkleber drin. Also hatte das genau sechseinhalb Sekunden im Mund vorher. Gezielt spuckte er ihn gegen die gelbe Zelle. Plopp. Der Gummi klebte am Türrahmen. Dass jemand in der Zelle stand, bemerkte Tarzan erst jetzt. Der Mann hatte es gehört. Mit finsterem Gesicht drehte er sich um. Tarzan war schon ein paar Schritte weiter, aber jetzt meldet sich sein Gewissen. Irgendwo hatte er mal gelesen, was achtlos weggespuckte Kaugummis für eine Plage sind. Sie verschandeln den Asphalt und lassen sich erstmal breitgetreten, nur schwer entfernen. Er machte kehrt, ging zurück, zog das Silberpapier hervor und zupfte den Kaugummi ab. Den Mann in der Zelle lächelte er an, überzeugt, dass der freundlich nicken würde. Aber der hatte Bauchschmerzen. Oder war er heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Oder er hielt Sturheit für eine Tugend. Jedenfalls guckte er immer noch grimmig, als hätte der Kaugummi nicht die Zellentür, sondern seine Nase getroffen. Saft, Heini, dachte Tarzan. Spielt sich auf. Sieht doch, dass ich's wegmache. Wenn alle, Punkt, Punkt, Punkt. Saft, Heini. Glaubt Tarzan denn bitte. Ja, also, meine Theorie ist, der Stefan Wolf wollte da nur das Thema irgendwie platzieren. Dem ist nichts Geileres eingefallen. Deshalb hat der Tarzan komplett out of character geschrieben in der Szene. Weil das würde der niemals machen. Ich hätte Klößchen das wegspucken lassen. Unachtsam oder unaufmerksam oder wie auch immer wie er ist. Und dann Tarzan es einsammeln lassen für Klößchen. So hätte ich's gemacht. Ich hätte das ein Bösewicht wegspucken lassen. Und danach schiebte er direkt eine von Tarzan, nachdem er das aufgeführt hat. Mit dem Gesicht so in das Kaugummi. Genau. Genau. Jetzt weißt du mal, wie man sich fühlt. Ja. Ja, aber fand ich, also als ich das gelesen habe, was für eine Umweltzaun. Das hat ja gar nichts mit Tarzan zu tun. Nein. Nichts. Ja, Umweltsau. Würde ich auch sagen. Und dann auch noch denken, weil der andere sich jetzt freut. Ja, der hat das ja immerhin weggemacht, weil der vorher davor gerotzt hat. Ich würde genauso gucken. Ich würde sagen mal, hast du das einen Knall oder was? Ja, ja. Jetzt kommt der Spinner ja noch an. Jetzt fummelt der da noch dran rum. Ja. Jetzt leckt der da noch dran. Also Kaugummi wegspucken. Ich meine, ich kau keine Kaugummi. Früher immer gemacht. Früher immer gemacht. Immer. Und zwar so aus dem Mund fallen lassen und dann mit dem Fuß weggeschossen. Okay. Immer. Und geguckt, wie weit ich komme. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich immer gemacht. Mache ich, seitdem ich ein bisschen ein Umweltbewusstsein entwickelt habe, etwa so seit vier Jahren. Nee, ich mache es wirklich nicht mehr. Ich gehe sogar zum Auto zurück. Ich habe im Auto so eine alte Kaugummi-Dose. Da ist mein Kaugummi-Mülleimer sozusagen, wenn ich unterwegs bin. Und dann packe ich das auch wieder da rein. Ich nehme es aber nicht nochmal raus, also ich lasse es dann auch da weg. Aber jeden Morgen, wenn ich ins Auto steige, Kaugummi. Und auf dem Rückweg auch. Echt? Okay. Ja. So ein Ritual. Ich habe mal eine Reportage gesehen, dass die nicht so geil sind für den Körper. Deswegen habe ich es. Weil du die immer runtergeschluckt hast. Ja. Nee, nur Huba-Buba. Du bist so verstanden. Da verklebt der Magen. Huba-Buba. Das verklebt die komplette Speise. Aber da kannst du nie wieder was essen. Ja. Ja. Deshalb hast du so abgenommen irgendwann. Ja, richtig. Weil ich immer die ganze Kaugummi gefressen habe. So Cola getrunken, die kam einfach wieder hoch. Ja, ja. Das ist einfach so. Die ganzen Pommesbären und alles. Pommesbären. Pommesbären und dann die Cola. Da entstand wie so ein Vulkan im Rache. Ja, es ist noch schlimmer als Mentos und Cola. Ja. Viel schlimmer. Lass euch das gesagt. Probiert es mal aus. Pommesbären und Cola. Einfach so eine Pommesbärpackung aufmachen und dann so einen Liter Cola reinkippen. In die Pommesbärpackung. Dann explodiert komplett. Dass dir diese Scheiße mit den Pommesbären so im Kopf geblieben ist, das kann ich mir nicht glauben. Weil es bei uns keine Pommesbären gab. Hast du denn mal nachgefragt? Gab es einen Demand, der irgendwie satisfied werden musste? Wir hatten einen Süßschrank. Als ob ihr keine... Da durfte ich nicht ran. Stopp, stopp, stopp. Was war's? Ihr hattet Chips. Das weiß ich nämlich. Da war ich nämlich immer neidisch. Ihr hattet diese geile Tonne. Diese Papptonne. Die war irgendwie 50 Zentimeter hoch. Nein, 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 da weiß ich ganz genau, da hab ich auch selber reingegriffen. Da bin ich mir relativ sicher. Da war die auch schon halb vorhin und noch. Weißt du noch, was die geschmeckt haben? Nach Pappkarton haben die geschmeckt. Diese Chips sind super ekelhaft. Und wenn die dann ein bisschen länger offen waren, würden Chips eh so matschig werden, dann hätte es wie Papier kauen. Papier mit Paprikagewürz. Es gibt ja Chips, die schmecken auch einfach echt eklig. Also muss man ganz ehrlich sagen, meistens sind es wirklich die Billigchips gewesen früher von Aldi, die wir immer hatten zu Hause. Ja. Die schmeckten einfach scheiße. Und wenn du dagegen diese Chips Letten hattest. Ach, Chips Letten. Außer diese Rolle. Die gab es ja, genau, da gab es ja die Rolle, die quasi wie jetzt die Pringles sind. Aber da innen drin war nochmal so ein Plastiktablett. Genau, Plastiktablett, wo du es quasi hinstellen konntest. Genau, und die waren nochmal eingepackt in so eine Folie. Nochmal in Plastik. Ja, super. Und dann konntest du das so hinstellen. Das war so die Premiumchips. Aber die hatten wir nur ganz, ganz selten. Und wenn, hatte die wahrscheinlich nur meine Mutter und wir durften die nicht essen. Also die hatte auch andere Sachen wie zum Beispiel After Eight, was ich bis heute nicht verstehe, wie man sowas essen kann. Ja, eklig. Super ekelhaft. Aber auch halt jedes Einzelne dieser After Aids war ja in so eine kleine, und dann musstest das so rausziehen aus so einer Hülle, wie aus so einem Briefumschlag. Ja, wie so ein Seidenpapier. Ja, super. Also das hat schon Hochwertigkeit suggeriert, das muss man denen schon lassen, das haben sie gut gemacht. Absolut. Diese Chipsletten, die waren doch auch in dem, hießen die nicht, und die Salzstangen hießen Salzletten, ne? Boah, das weiß ich nicht mehr. Und die schlappen Adiletten, okay, verstehe. Aber es gab auch diesen, wie hieß es, Partymix. Da waren Brezel drin, Chips, Knickknacks. Die Fische. Die Fische, die keiner isst. Nee, warte, es gab verschiedene, diese Partymixe, die mit Knickknacks drin, das ist schon der Premium-Party-Mix. Das ist schon neu, aber auch, ne? Ja, das ist, früher waren die, waren das so. Von Lorenz, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Lorenz Büffel hat die noch nebenbei noch. Ich kenne leider kein Lied von Lorenz Büffel, deshalb kommt keins auf die Playlist. Schade. Schade. Da waren die Fische drin, Brezel, kleine Salzbrezel. Darf ich denn ein Lied von Lorenz Büffel drauf machen? Boah. Dann hätte ich gerne, der Zug hat keine Bremse. Stark. Boah, ist das furchtbar. Der Zug, der Zug. Du gehst ja nicht zum Schützenfest, dein Glück. Ich muss das wieder hören im August. Super. Würde ich ja gerne, aber hier in Bottrop. Du bist herzlich eingeladen. Kein Schützenverein, den ich gut finde. Erstes Augustwochenende, kommst du vorbei. Bin ich auf Motorrad-Tour? Genau. Nee, wirklich? Ja. In Goslar. Von wann bis wann? Vom Freitag bis Sonntag. Nee, nee, von Freitag bis Sonntag. Guck mal, kommst du Montag. So, wir kommen mal zurück zur Folge. Wohin? Also, Tarzan hatte kurz was anderes zu erledigen, habe ich bereits erwähnt. Er wird zufällig Zeuge, wie ein Verbrecher der Polizei ins Netz geht. Kolschowski hat mit einem Komplizen 400.000 K in Diamanten geklaut. Unser Judoas kann einen Zettel aus einem Mülleimer fischen, den der Dieb vorher dort hineingeworfen hat. Auf dem Zettel abgebildet ist eine Schatzkarte. Natürlich gibt er diese nicht zur Polizei, sondern will zusammen mit KKG die Beute finden und die Belohnung einheimsen. Lothar ist immer noch gemein und kassiert von Tarzan daher die Mutter aller Ohrfeigen. Die Mutter aller Schellen. Bei Kolschowski, muss ich ganz kurz sagen, musste ich an Kolchose denken. Ja. Kennst du noch diese, das war mal so eine Hip-Hop, hast du ja wahrscheinlich nicht gehört, aber so eine Hip-Hop, so ein Kollektiv, so eine Posse. Ist Kolchose nicht irgendwas Landwirtschaft in Russland oder so? Ja, ja, genau, genau, Sowjetunion. Ja, irgendwie sowas habe ich im Kopf, Kolchose. Und das war quasi, also eine Stuttgarter Hip-Hop-Posse, 92 oder was, da habe ich das auch gar nicht so gehört, also gar nicht eigentlich, aber die Kolchose, da war unter anderem, also hier Max Herre, Freundeskreis, massive Töne, Afrop und so weiter, die entstammen da irgendwie diesem Dunstkreis. Okay. Ist mir gerade eingefallen, wegen Kolchowski habe ich mir direkt. Gibt es da ein Lied, was du auf die Playlist packen möchtest? Boah, von Afrop und Ferris MC. Ich mache von Ferris MC ein Lied drauf, der hat ja irgendwann später so alleine so ein bisschen so ein paar Sachen gemacht, auch ein bisschen Rock. Und von dem packe ich drauf für Deutschland. Ja, mit Gitarren, so ein richtiges Gitarrenalbum hat der gemacht. Und das kenne ich und deshalb schmeiße ich drauf, für Deutschland reicht's von Ferris MC. Finde ich witzig. Ja, ich auch. Ich mache Afrop und Ferris MC mit Reimermonstern. Ja, Siggi, das kenne ich sogar. Ja, das habe ich mir gedacht. Klassiker. Was ist denn los, fragte Tarzan. Gabis Zeigefinger zielte auf Habicht. Er hat Margit beleidigt. Rollstuhlakrobatin hat er sie genannt. Unterzeugen? Klar. Eben. Wir haben es alle gehört. Ich finde Rollstuhlakrobatin, also im Verhältnis zu dem, was ich erwartet habe, jetzt nicht furchtbar. Furchtbar. Das ist doch was Besonderes. Ja, fand ich das auch. Also positiv Besonderes, finde ich. Rollstuhlakrobatin, wenn die damit akrobatische Sachen machen kann, ey, hute ab. Das kann ich noch nicht mal ohne. Also, was ist denn da los? Aber des Weiteren sagt er quasi, die passt nicht hier ins Ferienlager. Oh. So dächten die meisten und deshalb wäre es das Beste, sie wegzuekeln. Diese, die, die stört hier das Bild. Wir wollen Ferien machen und nicht dauernd eine im Rollstuhl sehen. Wozu ist die denn gut? Sie kann nichts, sie macht nichts mit, sie ist zu nichts zu gebrauchen. Dann kommt noch ein bisschen Dialog und dann trotzig schob Habicht die Unterlippe vor. Das sagst du. Ich sage, diese Spinatziege ist hier überflüssig und weiter kam er nicht. Die fürchterlichste Ohrfeige, die jemals im Ferienlager am Deich ausgeteilt wurde, landete in Lothar Habichts Gesicht. Er flog gegen die Tür, schreiend, prallte mit dem Kopf ans Holz, schrie noch lauter und hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Bam. Völlig zu Recht. Ja, in dem Fall. Also, klar, das hätte man anders lösen können, aber ich sage mal, in der Altersklasse völlig zu Recht. Ja, finde ich auch. Was ist das denn? Ganz ehrlich, das ist ja auch. Ja, Lothar Habicht, richtig schwachsinniger. Was für ein Penner, würden wir sagen. Es folgen zwei Höhepunkte dieser Geschichte. TKKG will, dass Margit beliebt ist bei den anderen Kids im Lager. Also veranstalten sie ein Schachturnier. Denn darin ist Margit echt gut. Und klar, alle coolen Kids lieben Schach. Natürlich. Karl darf natürlich nicht mitmachen, weil das Computergehirn alle schlagen würde. Und Raphael, rate mal, er noch nicht mitmachen darf, weil er so krasse mathematische Winkelzüge drauf hat. Das kann nur tatsam sein. Weil ich weiß aus der Folge, dass er schon länger eine Eins in Mathe hat. Absolut, absolut. Also die beiden machen nicht mit, damit, und ich sag's jetzt, die Behinderte eine Chance hat. Okay. Also so kam's für mich beim Lesen rüber. Also beim Schach sitzt man ja meistens auch. Das passt ja dann. Genau. Aber Schach für die coolen Kids? Also, das hab ich natürlich reingeschrieben. Aber wird man, wenn man im Schach gut ist, beliebter bei Kids? Bei anderen Kindern? Nein. Komplett unbedingt. War das 1980 mal so? Im Leben nicht. Oder war das diese Hochzeit des Schachs? Weiß ich nicht genau. Margit setzt sich auf dem Weg ins Finale gegen ein dickes Mädchen durch, das vor allem dick ist. Kann das Endspiel für sich entscheiden und wird seitdem in einem Atemzug mit Serge Kasparov und Stephen Hawking genannt. Margit Plöner, Superbrain. Ich lese nochmal kurz aus dem Buch was vor. Margit spielte gegen ein dickes Mädchen von etwa 17 Jahren. Die Dicke war fast ebenbürtig. Immer länger starrten beide auf die Schachfiguren, bevor sie sich zum nächsten Zug entschlossen. Blablablabla. Aber beim nächsten Zug machte das dicke Mädchen einen Fehler und Margit konnte ihr die Dame wegschnappen. Und dann kommt noch ganz am Schluss, dass die Kinder jetzt langsam merken, dass Margit ja was drauf hat. Im Gegenteil. Jeder merkte, was für ein intelligentes Mädchen die Behinderte war. Das liest sich einfach, aus heutiger Sicht liest sich das so blöd, ist nicht so blöd gemeint. Aber dass Stefan Wolf, Rolf Kalimutschak in vier Sätzen dreimal unterbringen muss, dass das Mädchen dick ist, finde ich dann irgendwie zu viel. Also ich verstehe auch nicht, warum man das so, also immer dieses komische Hervorheben, verstehe ich nicht. Das heißt ja nicht, nur weil jemand im Rollstuhl sitzt hat, der nichts in der Birne hat. Das verstehe ich gar nicht. Diese Brücke hätte ich nie geschlagen, dass jemand automatisch irgendwie doof ist oder, keine Ahnung, irgendwie eingeschränkt. Nur weil derjenige im Rollstuhl sitzt, das ist ja Quatsch. Es gibt ja auch genug Leute, die sitzen nicht im Rollstuhl, die sind richtig eingeschränkt. Und damit meine ich jetzt keine behinderten Menschen, sondern, ja. Also in Stefan Wolfs Einkategorisierung normale Menschen, gibt es auch genug, die richtig bekloppt sind und gar nichts auf der Pfanne haben. Und dann, ja gut, ein 17-jähriges dickes Mädchen wird hier gebasht, damit der behinderte Mädchen besser dasteht. Und jetzt der Wortwitz nicht beabsichtigt, dasteht. Also das ist ja auch bescheuert. Was ist denn, Minus mal Minus gibt Plus, oder was ist das jetzt hier? Also das finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Ich fand es fast schon erstaunlich, dass Willi nicht da noch mit eingebunden wurde beim dicken Mädchen. Und dass da noch so eine kleine Love-Story sich noch im Ferienlager entwickelt. Ja, genau. Hier die Dicken unter sich, da wird er von Tatsachen irgendwie, dann könnte sich die immer die Schokolade teilen. Aber so wie ich Willi kenne, würde der ihr bestimmt die alleine wegfuttern. Irgendwie sowas in der Art. Ja, ja, stimmt. Das ist gegenseitig mit Eisbein füttern. Sauerkraut bei Nacht. Doch damit nicht genug. Die Beute muss noch gefunden werden. Also gehen TKKGM der Karte nach und teilen sich irgendwann auf. Margit ist natürlich in ihrem Sportrollstuhl unterwegs, versteht sich von selbst. Gabi bleibt mit Margit zurück. Während TKK also die richtige Arbeit erledigen, Tatsan den Komplizen kaltmacht und die Klunker an sich nimmt, stürzt die tollpatschige Gabi in einen Brunnen, aus dem sie ohne fremde Hilfe nicht mehr hinauskommt. Gut, dass sie die beste Schwimmerin im Neptunia-Schwimpverein ist. So kann sie sich ziemlich lange über Wasser halten, während Margit in ihrer Verzweiflung mit dem Rollstuhl durch den Wald fährt und schließlich an einer Straße ankommt. Als kein Auto anhält, beziehungsweise sie niemand bemerkt, stößt sie sich selber den Abhang hinunter und fällt aus ihrem Rollstuhl auf die Straße. So erzeugt sie genug Aufmerksamkeit, um einen LKW-Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dieser kann Gabi mit einem Abschleppseil aus dem Brunnen befreien, während sich ein anderer um Margit kümmert, die mit einigen Prellungen glimpflich davonkommt. Der Finderlohn von 4.000 DM pro Kind wird geistig zu unserer Belohnungsliste hinzuaddiert und damit ist auch diese Geschichte zu Ende. Ja, du siehst mich ein bisschen sprachlos. Was ist das denn für eine konstruierte Kacke? Das ist mal ganz im Ernst. Also sorry, aber das ist doch... Also, ich weiß nicht, ob Rollstuhlfahrer die, ich sag mal, unbefestigten Waldboden nicht wohl eher meiden würden, weil ich glaube schon, dass die Fortbewegung relativ mühsam ist. Ich glaube, dass die auf dem Hinweg über einen normalen Feldweg gegangen sind. Da wurde sie wahrscheinlich auch von Gabi geschoben oder von irgendwem, weil es natürlich voll anstrengend ist. Dass Gabi dann in so ein Brunnen fällt, das konnte ja keiner ahnen, während die da warten. Und dann musste sie halt was tun. Ich meine, ich glaube schon, dass die da nicht einfach sitzen bleibt. Natürlich nicht. Ja, ja. Mein Gott, sie zu mir ist. Und dann, ja, oder, ich sag mal, tatenlos verharrt, sondern sich dann, oder dann, versucht, Hilfe zu holen. Und ihrer Verzweiflung dann, ich weiß nicht, sie stand, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es genau beschrieben ist, irgendwie oben an so einer Böschung oder so. Und dann hat sie gewunken, keiner hat sie bemerkt oder wie auch immer. Und dann hat sie ihr Leben riskiert im Prinzip. Also Böschung hört sich auch relativ hoch an. Ja, also sie fällt quasi runter und fällt irgendwie auf die Straße und liegt dann da. Und der LKW, der kann gerade so anhalten und steigt dann aus. Und sie sagt dann quasi, keine Zeit, da vorne, Gabi oder irgendwie so. Und der holt dann so einen Abschleppsaal raus, holt die raus. Und ja, damit hat Margit, Gabi wahrscheinlich das Leben gerettet. Mein Gott, stell dir mal vor, was wäre, wenn? Ja, wäre Gabi ertrunken? TKK. Ja, da wäre Gabi, also das hat ja auch gar nichts mit schwimmen können zu tun. Weißt du? Also ich sag mal, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mehr, dass man mehr muskulöser ist in den Armen und Rücken. Also dass man länger diese Schwimmbewegung machen kann, als jemand, der untrainiert ist beim Schwimmen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das in jedem Fall. Aber ich kann mir, klar, du hast natürlich erstmal Panik in so einem Brunnen, weil du denkst, oh scheiße, ich will nicht untergehen. Aber der beste Weg, nicht unterzugehen, ist ja nichts zu machen. Still zu sein. Genau, still zu sein. Weil Fett schwimmt oben, stell dir mal vor, Willi, dem wäre nichts passiert. Der wäre wieder bis ganz oben. Oder dem dicken 17-jährigen Mädchen, die wäre da gar nicht reingefallen, weil der Brunnen einfach nicht breit genug ist. Aber du kennst das aus dem Schwimmbad. Gut, klar, in dem Boden ist jetzt kein Chlorwasser, bla bla bla. Ja, verstehe ich alles. Salzgehalt XY. Trotzdem ist es ja so, dass du, also erstmal, wenn du da runterfällst, ich habe ja dieses Bild gesehen, da gehst du ja wie eine Kanonenkugel erstmal ein ganzes, ganzes Stück nicht nach unten. Also das musst du ja schon erstmal gebacken kriegen, dann wieder nach oben zu kommen. Wer weiß denn, was am unten im Boden drin ist? Weißt du nicht, da können Algen drin sein, irgendwas, wo sich dein Fuß drin verfängt. Piranhas, keine Ahnung. Ja, Seeschlangen, Entmoränen. Tot. Da hätte sonst was passieren können. Je nachdem, wie der Durchmesser ist, kannst du dich ja vielleicht auch mit den Armen oder den Beinen unter Wasser tatsächlich am Rand des Brunnens irgendwie wenigstens ein bisschen abstützen. Weil die sind ja also in der Regel gemauert. Ich so, ja. Und nicht hundertprozentig, weil das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich möchte es nicht erleben, wünsche ich niemandem. Finde ich ganz schlimm. Vor allem, wenn man nicht schwimmen kann, dann hast du natürlich ein richtiges Problem. Aber auch Leute, die Platzangst haben. Nee, Entschuldigung. Platzangst ist Quatsch. Platzangst ist tatsächlich die Angst vor Plätzen und vor vollen Plätzen. Ich meine tatsächlich, Klaustrophobie haben. Also enge Räume, enge Beklemmungen. Ja, Angina quasi ohne Husten, die das haben, denen wünscht man sowas natürlich absolut nicht. Und da kann man natürlich froh sein, wenn da jemand dabei ist, der so selbstlos ist, um dann das hübsche Mädchen aus dem Brunnen zu retten. Das ist natürlich ganz toll. Wir haben noch eine Anmerkung von einem Hörer, beziehungsweise einem weiteren Podcast-Partner von mir, der Stefan, mit dem ich den Podcast Die Silbervögel betreibe. Worum geht's da in dem Podcast? Möchtest du das gut sagen? Kann ich machen. Da geht's um die fantastische Science-Fiction-Hörspiel-Serie Jan Tenner. Und da besprechen wir die Klassik-Folgen aus den 80er Jahren. In chronologischer Reihenfolge. Verrücktes Konzept. Moment mal. Habt ihr das hier geklaut, oder was? Nee, uns gab's schon eher als uns. Also, im Podcast zumindest. Der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt eben hier mal einspiele, denn er hat auch so seine Ansichten zum Thema Inklusion und hat auch beruflich und privat damit zu tun. Das würde ich jetzt hier einmal einspielen. Hallo, meine lieben Freunde. Hier spricht der wahnsinnige Professor Vierstein. Ähm, Dreistein, Zweistein, egal, ja. Hallo, ich bin Stefan, der Podcast-Partner von Thomas aus dem Podcast Die Silbervögel. Und ja, ich bin ein großer Fan der fünften Geschichte von Abenteuer im Ferienlager. Und zwar, weil Stefan Wolf es hier schafft, mit Margit halt schon mal so Inklusion zu schaffen. Denn es wird ja immer bei TKKG kritisiert, ja, die sind ja rassistisch, die sind total böse. Aber interessanterweise liest man die Bücher, merkt man, rassistisch sind die nicht. Man könnte allenfalls den Hörspielen vorwerfen, dass sie behindertenfeindlich sind, weil halt ein paar richtig coole Charaktere rausfallen. Wie jetzt beispielsweise in Abenteuer im Ferienlager, da fliegt Margit raus. Was ich sehr schade finde. Natürlich, man kann da den, äh, Hucki Francis aber auch verstehen. Der musste ein gescheites Hörspiel aus fünf Geschichten machen und hat sich dann dazu entschieden, halt, äh, Geschichten zwei, drei und vier halt passend, ja, herzustellen. Was jetzt Margit angeht, also die Geschichte an sich ist heute immer noch aktuell. Also Menschen wie Lothar Habicht, die halt meinen, äh, Menschen mit Behinderung stören, die anderen gesunden Kinder, die gibt es heute immer noch. Und wenn man sich so das ansieht, was in den letzten Wochen so alles passiert ist, wie jetzt beispielsweise dieser Steinwurf in einem Behindertenwohnheim, mit der Aufschrift, Euthanasie ist die Lösung, kann man sich schon denken. Ja, das gibt es heutzutage immer noch. Was mir halt auch besonders gut gefällt, ist, dass halt, ja, TKKG Margit Selbstvertrauen hebt, indem sie ein Schachtturnier veranstalten. Natürlich, Tatsan und Karl halten sich raus, aber es ist halt dann auch cool, dass Margit dann halt zeigen kann, was sie kann. Ja, ist die Geschichte gut gealtert? So sehr ich Margit mag, ähm, heutzutage mit Handys, dadurch, dass man halt, ja, Menschen mit Behinderung durchaus ein bisschen ernster nimmt, wohl eher weniger. Also so wie jetzt in der Geschichte, dass Margit sich, ähm, aus dem Rollstuhl werfen muss, damit ein LKW-Fahrer anhält, jetzt wohl eher nicht. Mir gefällt es auch, dass Stefan Wolf halt auch so ein bisschen so dieses, wir behüten Margit und wir möchten ihr deshalb die Hälfte des Finderlohns geben, dass Margit da gleich sagt, oh nein, wir teilen das, äh, durch fünf. Ich finde halt, Margit hätte man ruhig als Charakter in anderen Folgen zurückbringen können. Ich fände es beispielsweise als Kontrast zu Karl, fände ich es ziemlich gut, wenn man die halt so zur Freundin von Karl hätte machen können, weil, äh, er, große Bohnenstange, sie, klein und im Rollstuhl, ich finde, es hat einfach was. So, das war jetzt so mein Gruß von einem anderen Podcast. Ihr, die jetzt hier zuhört, hört nicht nur Audio Adlernest, hört auch mal in die Silbervögel rein. Ich sage bis dahin, tiddlid! Außerdem hat er uns noch eine E-Mail geschrieben, noch einen Nachtrag. Inklusion bedeutet, dass Menschen überhaupt teilnehmen können. Es gibt ein enges Verständnis, Hilfe für den Einzelnen, und ein weites Verständnis, strukturelle Veränderungen. Integration heißt, dass sie sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen. Was TKKG macht, sie bemerken, dass Margit ausgeschlossen wird und helfen ihr, indem sie das Schachturnier veranstalten. Weil Schach im Lager wohl hoch angesehen ist. Margit bekommt eine Gelegenheit, sich zu beweisen, was schließlich zu einer integrativen Inklusion führt. Im Kontrast dazu segregative Inklusion, dann wäre Margit gar nicht im Lager gewesen, sondern es hätte ein Lager für Menschen mit Behinderungen und eines für Menschen ohne Behinderung gegeben. Also in dem Fall, wenn man das jetzt mal, abgesehen von den Formulierungen, die Stefan Wolf so benutzt, und jetzt mal weg von unserer Ironie und ein bisschen weg von unserem Sarkasmus kommt, dann muss man tatsächlich sagen, ist das eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie man vielleicht solche Menschen dann in die Gemeinschaft aufnehmen kann. Wobei es natürlich schade ist, dass es solcher speziellen Aktionen bedarf und dass Margit nicht einfach so von den anderen akzeptiert wird. Aber soweit ist die Gesellschaft, glaube ich, bis heute noch nicht. Und das ist 40 Jahre her. Ja, das ist, ja, ja. Das liegt halt daran, dass Randgruppen oder Sachen, die nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, der Norm entsprechen, was jetzt nicht so gemeint ist, wie es sich anhört, und das ist halt schwierig, alles, was den Rest angeht, den es nicht betrifft, darauf abzustimmen. Ja. Was ich bei vielen Neubauten richtig bescheuert finde, ist, dass es immer nur bei Treppen gibt. Zum Beispiel, das finde ich mega beknackt. Selbst auch für Fahrradfahrer finde ich es bescheuert, weißt du? Also das ist ja genau, es gibt ja auch genug Leute, die fahren dann mit dem Liegerad, weil die auch irgendwie Probleme haben. Du bist uns aber noch ein Ranking jetzt schuldig. Du musst die drei Storys bitte einmal in eine Wertungsreihenfolge bringen. Einfach aus Spaß, weil ich dich damit quälen möchte. Okay, finde ich nicht schlimm. Was haben wir gesagt? Wir ranken in Trump-Büchern. Kennst du von King of Queens den Margie-Song? Nee. Da muss ich gleich, muss ich gerade bei Margit dran denken. Der Margie-Song ist, wenn, wenn Doug, der hat eine Jugendliebe, Margie heißt die, und die trifft er irgendwie wieder, 30 Jahre später oder so. Und ist mit Carrie verheiratet. Der hat Margie aber damals, hat er angefangen, für sie ein Lied zu schreiben. Das findet er auf Kassette, der Margie-Song. Und dann stellt er dieses Lied fertig mit Hilfe seines Cousins Danny. Und ganz am Ende ist Carrie zufällig bei Margie zu Hause, Doug weiß das aber nicht, und kommt mit so einem Keyboard, stellt sich bei der vom Balkon auf und performt den Margie-Song. Und dann kommt Carrie raus und dann springt er so in die Büsche. Da muss ich gerade dran denken. Ich weiß nicht, ob es den irgendwo gibt, also dass man den über Spotify hören kann. Aber wenn ja, packe ich den Margie-Song auf die Liste. Okay, also wir raten in Trump-Büchern. Also, ja, wonach rankt man da denn jetzt? Das ist halt so die Frage, ne? Ich sag mal, von der Selbstlosigkeit und Aufopferungs- Oder einfach, was dir am besten gefallen hat, würde ich sagen. Also, was mir am besten gefallen hat, also es sind jetzt alle drei nicht super überragend. Was mir am besten gefallen hat, ist das mit den Rockern. Der kriegt vier von fünf Trump-Büchern. Dann kommt das mit Klößchen und dem Kaufhaus, wo der quasi bezichtigt wird, hier der Ladendieb zu sein. Und dann ist quasi das Kind in den Brunnen gefallen. Letzter Platz, die aufopferungsvolle Brunnen-Story. Na geht. Schön, dann haben wir auch die Folge 9b abgefrühstückt und das Buch in seiner Gänze besprochen. Und damit einen weiteren Freitag Audio-Adler-Nest-Content fertiggestellt. Hast du noch was zu sagen? Hast du noch irgendwas auf der Pfanne für heute? Ich überlege gerade, ob wir von Parkway Drive Wishing Wells noch auf die Liste packen. Bin ich für. Dann machen wir das. Ja. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt. Danke für die Zuschriften. Und in letzter Zeit hat sich auch der Anfrage-Tab bei unserem Instagram-Message-Bereich, fast einen Faden verloren, wieder ordentlich gefüllt. Also Leute, die uns schon länger hören, sich aber jetzt quasi erst trauen, uns zu schreiben, die möchte ich gerne dazu ermutigen. Macht das ruhig. Wir beißen nicht. Wir haben bei Instagram auch die automatischen Nachrichten abgestellt. Bei Facebook nicht. Da kommen die immer noch. Die sind nämlich ultra nervig. Wo wir am Anfang noch dachten, das ist eine gute Idee. Ja, folgt uns gerne weiter. Hört uns. Das finden wir toll. Verbreitet uns. Also nicht verbreitert uns, sondern verbreitet den Podcast. Folgt uns überall, wo ihr könnt. Nur bitte nicht nach Hause. Und wenn ihr stinkreich seid oder eine eigene Firma habt und überlegt, hey, wo können wir den Kram denn platzieren? Wir sind im Prinzip käuflich. Ja. Einfach anschreiben oder eine Nachricht schicken oder eine Sprachnachricht und sagen, hey, wollt ihr denn nicht für Porsche Werbung machen oder für, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Automensch. Kartoffelchips, vielleicht Chips Letten. Sind wir dabei. Wenn die Firma Lorenz Bock hat, uns hier mal so ein Paket zu schicken, wir sprechen darüber gerne. Gerne. Wir warten immer noch auf Merci Krokant. Also alle großen Firmen, die ein bisschen Steuern sparen wollen, jetzt hier ins Sponsoring gehen nochmal. Jetzt hier nochmal ansetzen. Jetzt die letzten Budgets für 2024 verbrauchen. Kurz bevor wir die Millionen knacken. Genau. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss, ihr Lümmel.